Dann wird es jetzt schon wieder. Na, die Herren! Ach, Justus! Grüß dich, mein Lieber! Hallo, Justus! Wie war's dir? Du gehörst ja schon fast zur Familie. Ja, setz dich doch dazu! Justus, alter Schäfer. Sind die Frauen schon gegangen? Ja, ja. Ja, setz dich. Na, wir haben ja jetzt eine Handrunde. Wunderbar. Freut uns, dass du auch hier bist. Oh, wie gut. Den Kaffee kannst du nehmen. Paula und Isabella wollten doch nicht. Ach, wunderbar, dann brauch ich mir ja keinen zu bestellen. So, was liegt an? Ja, 30 Jahre verheiratet. Und ich war trotzdem. Oh, toll. Gut gehalten. Frisch wie je und je. Klasse. Und jetzt? Dass ihr euch schon so lange kennt. Okay. Herr Juno, auch Sie sind herzlich willkommen. Juno ist da der Frauenhammer. Herr Sarfeld, kann ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Oh, nein, danke. Wie Sie vielleicht wissen, trinke ich nur Cola La Vette. Aber auf dieses Angebot komme ich gerne ein anderes Mal zurück. Gut, dann folgen Sie mir bitte. Gut, dann bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.